Argon Balance Einfach ganz leben Dr. Marco Strauss Immunbooster Natur Mit Wildpflanzen das Immunsystem auf Vordermann bringen Gelesen von Andreas Neumann Ein Hörbuch des Argon Verlags Jeden Tag etwas Wildes Mach dir nicht vor, du wolltest Irrtümer in der Natur verbessern. In der Natur ist kein Irrtum, sondern der Irrtum ist in dir. Leonardo da Vinci Jeder einzelne von uns ist nur zu Gast auf dieser Erde. Auch aus erdgeschichtlicher Sicht, der Mensch trat erst während des letzten Wimpernschlags der Erdgeschichte in Erscheinung, sind wir Erdenbewohner ein sehr modernes und vielleicht auch kurzliebiges Phänomen. Seit dem Zeitalter der Renaissance und Aufklärung leben die Menschen vor allem über den Verstand und über die Vernunft. Daraus entwickelte sich, in logischer Konsequenz, die industrielle Revolution mit ihrem großen technischen Fortschritt. Diese Segnungen sind unbestritten und sie haben die Menschheit vorangebracht. Aber wir haben den Punkt der Übertreibung und das Abgleiten in die Polarität offensichtlich längst erreicht. Die Menschen sind aus ihrer gesunden Mitte gefallen. Nur noch die Ratio und das Materielle zählen. Die ursprünglich positive Innovation verkehrte sich ins Gegenteil. Und das gefährdet nun sowohl unser Leben als auch jenes vieler Tiere, Pflanzen und Pilze, sowie die Stabilität des gesamten Geo-Ökosystems inklusive Boden, Wasser und Luft. Heute sind wir alle aufgefordert, wieder ganzheitlich zu denken und zu handeln. Wir haben unsere heutige Kultur immer im Gegensatz zur wilden Natur definiert. Diese Entwicklungslinie begann mit der sogenannten Neolithischen Revolution, als dem Urwald ein erster Acker abgerungen wurde und beschleunigte sich exponentiell mit der industriellen und schließlich der digitalen Revolution. Alles Wilde gilt als gefährlich, rückständig, fehlerhaft und unvollkommen, noch auf die Kultivierung wartend. Nur auf dieser gedanklichen Grundlage und maßlosen Selbstüberschätzung kann man auf die Idee kommen, Pflanzen, Tiere und nur noch Menschen gentechnisch zu verändern. Meiner Ansicht nach sollten wir heute Wege des Ausgleichs und des Einklangs suchen, uns zu unserer Mitte hin entwickeln. Die zuvor massiv ausgegrenzte Natur sollte wieder in unsere selbstverständliche Alltagskultur hereingeholt werden. Wirklich zukunftsfähige Techniken werden die Natur nicht beherrschen, zähmen und kontrollieren wollen, sondern auf die Kooperation mit der Kraft der Natur bauen. Die Lösungen für unsere heutigen Probleme, zu denen auch ein schwaches Immunsystem zählt, liegen demnach nicht innerhalb der alten Denkmuster, die diese Probleme geschaffen haben, sondern außerhalb. Schon Albert Einstein, der hier sinngemäß zitiert sei, weist darauf hin, dass Probleme nicht mit derselben Denkweise gelöst werden können, durch die sie entstanden sind. Diese Zeit fordert uns daher auf, überkommene Muster hinter uns zu lassen, den Rahmen zu sprengen, wirklichen kulturellen Fortschritt zu wagen. Was uns daran möglicherweise hindert? Angst. Es ist die Angst vor dem Ungewissen, jenseits der schon so gewohnten und geradezu als gemütlich empfundenen Begrenzung. Das künstliche Leben am Schreibtisch unter Kunstlicht, am PC oder Smartphone, das süchtig und nur kurzfristig sattmachende Fast-to-go- und Convenience-Food, mangelnde Bewegung und nicht zuletzt Schlafstörungen, sind alles andere als natürlich. Das alltägliche Sammeln essbarer Wildpflanzen eröffnet uns hingegen eine neue Welt und eine Auseinandersetzung mit den Elementen der Natur, Sonnenlicht, Luft, Wasser, Erde, Pflanzen und Tiere, sowie eine Grundversorgung mit hochwertigen Lebensmitteln als Mittel zum gesunden Leben. Gerade indem wir uns wieder mit der Kraft der wilden, essbaren Pflanzen verbinden, und auch mit der Kraft und die Kraft. Vielen Dank.